Supramax, ein Patent der chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV-TV. Ja, super Atmosphäre, also Wahnsinn hier, wie viele mitgekommen sind, auch unglaublich top Unterstützung hier und ja, war schön zu spielen einfach. Jetzt geht's los, wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen, das ist ganz klar, aber ich glaube heute war dennoch ein guter Anfang. Klar geht's jetzt an den Stellschrauben zu arbeiten, aber ich bin da positiv, dass wir das über die Wochen schaffen und dann unsere Ziele auch erreichen. Ja, auf jeden Fall, ich glaube 3-0, wenn man das Spiel gesehen hat, irgendwo auch verdient. Allerdings die Tore, vor allem das erste und das dritte, das ist ja durchgeflutscht und einfach nicht so gut gelaufen. Aber ich glaube, man merkt, dass die Abläufe noch nicht ganz stimmen und trotzdem muss man sagen, vor allen Dingen offensiv und auch kämpferisch haben wir einfach schon was aufs Paket gezaubert. Und ich glaube, darauf kann man ihn auch ausbauen. Aber das kann man auf jeden Fall weiter daran arbeiten und dann wird er schon. Also insgesamt war es natürlich ein intensives Spiel. Das ist klar. BFC hat es jetzt nicht verkehrt gemacht. Logischerweise, wenn sie ein 3-0 gewinnen. Wir haben definitiv trotzdem uns jetzt nicht einkriegen lassen. Von deren Druck, von deren Pressing haben rausgespielt. Hinten haben gute Ballstaffetten gehabt. Teilweise dann in letzter Linie hat es gefehlt. Bei einer Eingabe vielleicht im Strafraum, dass einer da ist, dass wir halt auch nochmal zustechen können. Und ja, man netzen können. Chancen haben wir gehabt. Ich denke, ein paar Tore für uns wären dementsprechend auch drin gewesen. Somit hätte das Ergebnis anders ausgehen können. Die BFC hat trotzdem verdient gewonnen. Stand heute nach diesem Spiel. Würde ich trotzdem sagen, dass wir es gut gemacht haben. An kleinen Sachen, kleinen Abläufen noch arbeiten können. Ich erwarte noch, dass hier überhaupt kein schlechtes Spiel von uns war. Wir wollten. Wir haben gekämpft. Und ja, das wäre meine Einschätzung erstmal. Jedes Bild. Paulina weiss, wenn wir uns. Schreckt auch bis in den Kurs. La 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 la. La 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 la. Unfassbar. Also ich glaube, das ist nicht normal. Vor allen Dingen ist jetzt, Berlin ist die Situation auch nicht vor der Tür. Das freut einen selber, das freut die Mannschaft, da gibt man wirklich noch mal 10 Prozent mehr von 100 und das ist wirklich stark, das muss man sagen, das freut einen. Vielen Dank.